Wir haben die tausend Abonnenten erreicht, meine lieben Freunde. Und zu diesem Anlass habe ich mir eine ganz besondere Special-Video-Idee überlegt. Und zwar werden wir gleich oder werde ich gleich in einen kalten Pool reinspringen. Das ist unser Pool hier hinten auf unserem Grundstück, aber der hat nur 25 Grad. Normalerweise hat er 30 bis 35 Grad, wenn ich da reinspringe. Jetzt eben 25 und deswegen wird das richtig spannend. Bleibt dran und viel Spaß. So Freunde, ich ziehe mich jetzt um. Es wäre dann auch geschafft, meine lieben Freunde. Jetzt würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg in den Pool. Übrigens nochmal vielen, 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 vielen Dank, dass ihr mir zu den tausend Abonnenten habt. Abonnenten weitergeholfen habt. Ihr seid echt die beste Community und ich habe mein Handtuch vergessen. So Freunde, was ich sagen wollte. Ihr seid echt die beste Community, die man sich auf YouTube wünschen kann. Weil ohne euch hätte ich die tausend Abonnenten bis hierhin nicht geschafft. Von daher nochmal vielen Dank. Und ich wage es mich jetzt. Ich nehme mir einen Stuhl und springe in den Pool rein. Ja, in den eichkalten Pool. Ja Freunde, so sieht der Pool hier aus. Ich würde sagen, ich gehe da jetzt rein. 26 Grad hat er mittlerweile. Ich koste immer nur noch einen Stahl. Hier sind solche blöden, blöden Viecher drauf. Die nerven mich ein bisschen. Ich muss jetzt rein. Zwischenzeitlich, meine lieben Freunde, habe ich noch eine Bitte an euch. Die Herstellung und Produktion der Videos wird immer aufwendiger und lässt mein Equipment regelmäßig an seine Grenzen kommen oder diese sogar überschreiten. Zum Beispiel mein Handy musste letztens schon repariert werden. Es ist daher an der Zeit, neue Hardware zu beschaffen. Wenn ihr mich dabei unterstützen möchtet, findet ihr alle nötigen Informationen unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich bedanke mich schon mal vorab und wünsche euch jetzt noch viel Spaß mit dem Video. Finalmente tengo una Petition más. La creación y producción de Videos es cada vez más compleja. Y alcanzo regularmente los Límites o incluso los superan. Por lo tanto, es hora de adquirir nuevo Hardware. Si quieres apoyarme, encontrarás toda la información necesaria en la descripción del Video. Gracias de a tu mano y ahora deseo mucho divertida con el Video. Su-sam. Tu-sam. 1,2,1,3,1,4,2,3,2,4,4,5,6. Scheiße ist das kalt! ich wollte nicht wissen eine sache noch hatte ich wundert ob ich die nase zu halte beim reinspringen es ist einfach ich will keine kein wasser in der nase haben ein freunde das wasser ist relativ kalt aber dafür ist es beim schwimmen wärmer naja logisch eigentlich beim schwimmen wird ein automatischer erfahrung durch die anstrengung beim schwimmen und das herz schneller blut durch den körper wir werden warm genau mache ich den weitesten sprung den jemals gemacht hat was hatte ich denn bitte schauen wir uns die szene noch mal an freunde ich gehe jetzt oben auf unser dach auf ja so sieht das dach aus jedes gleich zum ersten mal und so sieht die aussicht von hier oben aus boah ist das cool jetzt mit euch noch mal hier drauf und guck mal wie das da aussieht das schon mal unser boiler moment das geile ist ich kann hier ja drauf rumlaufen und es passiert nichts weil das ist ja das ist ja so ein gestell drunter was ich euch jetzt hier mal zeige hier ist unsere regenrinne das hier und dann sind halt hier jeweils diese rohre und hier auch und das hier ist das dach im badezimmer was ich euch jetzt auch mal zeige hier stehen unsere ganzen klimaanlagen drauf zum beispiel die hier von meinem zimmer das mein zimmer ist tatsächlich da drunter das ist schon geil die hier vom wund vom vom papas zimmer und jeder vom wohnzimmer schon wahnsinn dass hier drunter ein haus ist kann ich mir gar nicht vorstellen irgendwie und dieser blick ist so geil von hier oben es ist aber auch echt hoch also ich darf nicht runterfallen das wäre schlecht somit ipsa gehen wir jetzt auch wieder runter hier der boiler ist extra mit so einem blech noch geschützt ich gehe jetzt wieder hier runter und jetzt hier runter also freundlich wollte mich noch mal unfassbar doll bei euch bedanken für die 1000 abonnenten mittlerweile sind jetzt schon 2008 ich sehe es im youtube studio nur auf youtube nicht von daher würde ich sagen also ja ich wollte mich einfach nochmal bei euch bedanken und bin unfassbar ihr merkt ich habe keine worte ich finde keine worte dafür und würde sagen wir sehen uns im nächsten video bis dahin viel spaß also schöne woche ach bis dahin euer sam schöne woche euch allen